So, jetzt, okay, so, ordentlich was los, ja, ordentlich was los, äh, 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 das ist der Schutz, so, hier unten ist auch ne Aufgabe, gucken wir mal, so, äh, welche, welche von mir, grau, zusammen, sieh mir fest in die Augen, ganz fest, du fühlst dich so müde, müde und hilfsbereit. Bitte pünktlich, ich habe eine Taschenuhr. Ja, Leuchtturm, bla bla bla, da ist noch klar, aber auch, ja, 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 Perfekt. 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 Muta grazia. So, wir gehen mal kurz rüber auf die andere Welt, gucken mal, wie das aussieht mit dem Kaffee. Alles bereit. Kaffee, 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 so. Ja, auch Kaffee, ja, sieht schon, sieht schon gut aus. Ein neuer Auftrag. So, aber wir müssen das Schluck mal hier überverpacken, so. Und, das ist neu. Wie sieht's aus? 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 Okay. So. Okay. Kann mir jetzt nicht rüber transportiert werden? Weiß nicht, brauchen wir uns hier auf einen Zwitterstift vielleicht? Ist das ja? Wir filzen alle Besucher, eine lebensnotwendige Furt. Wenn wir gegen La Corona losschlagen, muss der erste Hieb sitzen. Wir filzen alle Besucher, eine lebensnotwendige Furt. Wir versenken nie ein Schiff, das wir auch besitzen könnten. Es ist schwer, an gute Schiffe zu kommen. Wir filzen alle Besucher. So. 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 Und. Und. Hier haben wir ja Kanonen hingebracht, dass wir hier eine kleine, ganz kleine Rachen verteilen werden. Was zumindest ein bisschen abschreckender ist, mit Geschützstellungen. So. 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 Okay. Appel, 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 Appel. Schiff unter Beschuss. Handeln. Mehr als bereit. Okay. So, dann können wir die Wege machen. Wieder zurück. Hierher. Gut. Alles geladen. So, was hast du gewischt? Was machst du da hinten? Also, die ganze Benaritien hier weg. So. Wir müssen aber gucken, was das Gold dann sagt. Dass wir dann hier ein paar Häuser weiter rupbauen können. Genau. Kann auch schon anfangen hier. Mit ein paar Arbeiter. Hoch die Tassen. Auf den... Schiff unter Beschuss. Schiff unter Beschuss. Piraten, die Tassen. Ein. Du hast etwas für mich, nicht wahr? Ich dachte mir schon, dass du gut bist. Ja, schon. Nicht jedes Risiko zahlt sich aus. Ach. Mach den Kopf zu. Die Zuneigung wird dankbar erwidert. Ich fahr auf eine Tonne Meeresalz. Ach, das war jetzt schon ein Schiff hier mit Meeresalz. Dann ist das echt ein Schiff drin. Gleich ein Schiff noch mal. Ja. Wir kämpfen weiter, wenn nötig. Komm mal hin. Gemeinsam triumphieren wir. Ja. Ähm. Ja. Joa. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Das ist manchmal. Gut. Ich habe die Köche im Ding auch mal wieder ein bisschen Grafisch. Ei. Rostal und das Appland genau. Wiederum dafür mal ein bisschen Grafisch. Genau. In die Takelage. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Überlasse Beryl Ihren Anteil. Wie wär's mit einer Hand wäscht die andere? Ich weiß das zu schätzen, Schätzchen. Was soll ich abholen, aber warum Anteil, Beryl, nein! Admiral auf der Brücke! Aber Anteile dann ist es gerade nicht so gut, oder? Na gut, kaufen wir uns schon wieder zurück. Ich stehe jetzt so drauf, ganze Anteile dann. Stehe ich jetzt wirklich nicht so drauf. So, gerade pro Anteil, wir werden hier mal die Inseln freiräumen, die ich hier eingenommen habe. So, also an dem brauche ich die nicht, im zweiten kann Beryl sie dann wieder haben, weil die ist halt jetzt irgendwie artig. So. Und weg mit dem Scheiß. Perfekt. Ja, perfekt. So. Dann haben wir auch gleich wieder ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr. Meine Täubchen melden mir nur gute Dinge. Ja. Dann ist noch kurz. Und jetzt, so. Keine Ahnung, du willst doch nicht zu kommen. Neue Befehle? So. Dann haben wir dann den Akkulier-Kanal. So. Und das. Dann bleiben wir mal. Einmal zu. Weg. So. Kurs setzen. Genau. Und kannst da, wann, dein Sides nach mehr. Genau. Und kannst da, wann, dein Sides nach mehr. So. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. So. 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 So, und jetzt. Und jetzt noch? So, und jetzt noch? Jetzt hab ich dein Zeug. Und wohin? Hier. So. So, und dann? So, und da. Neue Befehle? Neue Befehle? Mehr als bereit. Soll ich schon mal einschenken zum anstoßen? Du hast einfach den Dreh raus. Erwarten neue Horizonte. Rute eingezeichnet. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Wer hat eine Siedlung errichtet? Ich habe Weihwasser auf ihn gespritzt und erhielt durch das Fenster zu sein. Er ist auch manchmal ein bisschen kurios. Er ist da halt nicht peinlich, ne? Hallo. Du schaffst das. Mal sehen, was du heraufbeschwörst. Die Menschen lassen sie hochleben. Du lernst dazu. Schiff unter Beschuss. Achtung! Admiral anwesend! Piratenschiffe fallen, oder was? Halten sie genügend Abstand bei dem Entdecken dieses Piratenschiff. Das ist für eine Aufgabe, ja. Hä? Schiff unter Beschuss. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Okay. Dann muss das jetzt ein Schwänze separat hier immer folgen, oder wie? Ei! Das mag ich jetzt hier die ganze Zeit oder was, ey? Segel setzen! Kurs setzen! Ach, Mensch ey, das ist ja auch noch gar nicht mehr. Hä? Bei Du? dyt!